zu wiederholen und immer neusensationellere Ausfältelungen, Ausspreizungen zu produzieren. Denn wie man weiß, ist jede Schneeflocke bereits eine andere neusensationelle Form. Vom vor allen Abermilliarden vorhergegangenen anderen und jedes Geäst, jedes Rhizom, jeder Pflanze, jedes Baum ist unwiederbringlich ein immer wieder anderes Wiedergekehrenmuster. Von ehemals, nie mehr wiederkehrend, notwendigerweise, nie mehr wiederkehrenmüßendem, notwendigerweise. Aber wahre Entitenz, Essenz, Veränderungssprünge und nicht nur Variationen und Transfigurationen gibt es doch ziemlich selten darunter. Und dann wiederkehrenmüßend.